Braucht ihr irgendeine Idee für ein Video? Genau, ich habe es! Verpasst dich! Intro! Hallo zusammen, das ist Crown Cletus oder Chris. Ich hoffe es geht euch gut. Wir sind jetzt hier bei mir zu Hause. Irgendwo sehen wir noch ein paar Namen. Ein kleines Grillfestchen gegeben. Und jetzt haben wir noch ein paar Gäste, die einen nach dem anderen durchs Bild laufen. Und möglichst gut aussehen. Wer traut sich als erstes? Warum? Das wäre der Vali, oder? Du hast gerade mal vorhin gedacht, ich bin die Vali. Sie haben das Video von mir schon gesehen mit dem Andreas. Der kommt dann auch mal durchs Bild durch. Und ja, cool geiles Achtung, ihr seht es. Ich bin dabei mit dem schönen Schneid. Und dann sehen wir es natürlich nicht. Aber es ist nur das Reitsch. Warte, wer könnt ihr das Reitsch? Hier der Vali. Mein Name ist genial. Ja, 1 Acht. Zumindest noch einen schönen Abend. Und ich denke, es gibt nichts zu vorstellen. Hallo zusammen, ich bin der Trooper. Ich stehe dort vorne. Ich bin von der Swiss Drive Force. Zusammen mit dem Dadmau, der hier oben steht. Der kommt dann später auch noch vor die Kamera. Ähm, ja. Ich mache zusammen mit ihm Videos. Und dann fahre ich viel Spass miteinander. Ja, so zusammen. Ich bin der Dadmau, wie er immer gesagt hat. Ich stehe oben. Und ja. Eigentlich fehlt nicht mehr für mich zu sagen. Er hat schon alles gesagt. Ja. Das ist mein Stuban. Salute. Ich bin Andreas. Tagsitor. Der zweite Ballisser in der Gruppe. Ich bin in Omo. Hier oben steht der Kürzel. Äh, keine Ahnung. Ich schätze, wenn wir etwas sagen. Aber keine Ahnung. Was meinst du? Drei. Drei Ballisser. Ah, der Bomo. Der Bomo. Ja, der Bomo. Egal. Und ich gebe uns vor Twitter. Sag jetzt einmal, ich bin der Screech. Mein Name steht dort. Ich kann ihn schreiben. Ich mache YouTube-Videos. Genau, Unice. Und... Ach, füllen wir da eins. Ja. Ich bin der Ledger. Der Crumb Giant. Mein Name ist Genial. Ja, wunderschön schon an Teilen. Der Screech. Ich weiss nicht. Der hat schon einmal auf YouTube gefunden. Aber... Fuck! Das ist schnell da. Und ja. Hast du die Probleme vor der Kamera gestohlen? Ja. Ah, okay. Du auch. Den Fall ist von mir. Ich schaue schon auf. Ich schaue schon auf. Ich schaue schon auf. Ich bin so weg da, ey. Also, wir haben alle drauf. Los! Euhhh. Euhhh. Du Griech! Ich gehe noch hier! Du Griech! Du Griech! Du Griech! Du Griech! Ich habe nicht gehört, warum? Nein! Es wird nicht. Nein! Wir sind die Crown-Community, die für euch für YouTube hier sind. Wir haben Chris und auch hier im Wohnenstand. Ich bedanke mich, dass er das Projekt vor zwei Jahren mit dealen hat. Ich kann mich erinnern. Das ist ein ganz geiles Satz. Das musst du verurteilen. Der will gehalten. Jetzt kommen wir alle an den Mitgliedsbieträgen. Nach zwei Jahren. Ja, nein, keine Folge. Was kommt denn noch? Ja, genau, wir haben auch. Das kann man zensieren. Das ist ein besserer Korde. Besserer Korde. Ich bin auf der Klasse. Das ist ein Robo-Schweig. Hipster! Das ist mein Zwei- und Ober-Special. Raun und Eier. Wir sind gut. Wir haben noch einen Camper gefunden. Ja, das kann man nicht so gut. Ich muss das zudecken. Ich muss das zudecken. Ich muss das zuziehen. Komm! Ich muss das zudecken. Jetzt ist das Auto. Jetzt ist das Auto. Das Auto, wenn der kommt mit der Lampen. Jetzt auch mit dir, komm. Das Auto jetzt da filmen. Scheisse Dixi, gell? Noch nie hat es so schlechte, wie es auf YouTube gab. Boom!